Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt vom Profischnack.de. Ich zeige Ihnen heute zwei Easy-Swing, einer in Small und einer in Medium, manuell verstellbar, lederbezogen. Die Nummer ist 7015. Nun, einfache Bedienung, Zunge raus, Rücken runter, Oberrücken. Ganz einfach zu bedienen kann jeder. Das ist der kleine Sessel, der geht für mich, ist nicht ganz ideal. Ich bin als 83, das ist Small, der geht eigentlich bis 1,70. Aber okay, ich könnte da auch einen schönen Abend drauf zu bringen. Das hier ist der große Boden. In Medium, der ist etwas höher und auch der Rücken ist höher. Etwas besser für mich, gleiche Technik, gleiche Funktion. Was mir an dem Tessel auch gut gefällt, ist die schmale Armlehne. Sehr designorientiert, gut zu kombinieren mit anderen schönen Möbeln. Und was mir auch gut gefällt, ist der Rücken, der hier mich aufnimmt. Hinten ist es etwas softer, so sitzt es eher mittelfest. Was lässt sich noch sagen? Ja, Himmela hat seinen Preis, produziert in Taukirchen und in Ungarn, aber in sehr hochwertiger Qualität. Die Technik ist wirklich ausgereift. Deshalb ist hier vielleicht auch ein etwas höherer Preis zu rechtfertigen, weil Sie dann länger was davon haben. Advertising werden zwei Sessel bekommen aus einem EDV-Fehler. Es wurde eine falsche Eingabe gemacht, vielleicht die falsche Ledernummer. Der Kunde hat die Stücke nicht abgenommen und wir haben zugeschlagen. Diese zwei Sessel kosten bei uns im Set 2.222 Euro plus 149 Euro Versandkosten. Oder Sie holen hier in 72186 Empfingen ab. Profi schnappt Ihr Online-Outlet für RELAX-Sessel. Sag Danke! Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Ach ja, wenn Sie nur einen anderen wollen, dann machen wir das vielleicht auch mit Trennungszuschlag für Sie. Okay? Rufen Sie mich an, chatten Sie mit mir oder kommen Sie live hier in Empfingen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Reinhard von Profi schnappt.de